Was ist denn eigentlich mit dem Anzug? Demnach kann man den anziehen. Oh Gott, ist der kacke. Oh Gott, was ist der Anzug, bevor wir sterben? Was ist denn das hier eigentlich? Ausdauer 43. Was haben wir hier noch zur Verfügung? Mhm. Also Schrott. Schrott. Gesundheit 400. Okay. Also, los geht's mit Geschrei. Zab- Äh! 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 Okay. Da blöde ich wachlir. Das ist das Problem. Ich würde wieder schief. Ich starb die Mist. Oh, nicht. Das ist das Problem. So. Okay. Munition her. Anni her. Handgranate her. auch irgendwie kann sie von hier unten da kann ich nicht leiden wo ist die drecksbrut was sagt er ich hab Hunger gib mir Essen ich hab da was zum fressen ja ich will das erzählt auch der Kollege ah hier ist ich versteckt Okay, da versteckt sich nicht mehr. Wir haben gerade eine vom Latz gehauen. So, ich könnte schwören, dass hier immer so noch ein Haufen von der Brut rumgerammelt ist. Ups, ich kriege da auf jeden Fall Hunger. Da ist dir kein besseren Zeitpunkt, bei Hunger zu griechen. Maaan. Öh, öh, öh. Gut. Öh, öh. Ach, das ist ein bisschen schnorki zufällig. Das ist ein bisschen schnorki. Könnte Daddy. So. Ich werde aber heute definitiv nicht mehr ganz in diese Dings vordringen. In diese Halle hier hinten rein. Oder was das da ist. Äh, denn da wird der Festplatten speichern, die Speichel. Wolltest du mir was sagen, du Mistvieh? Ne, dann gib mir deinen Fuß. Gut, gib Fuß dran. So, was haben wir hier? Oh Gott, ist das eklig. Pissl war. Ja, was drin. Lipps. So. Wo ist denn? Ach nee, da war ja hier oben da ein Stork, den ich da abgeschossen hab. Der hat schon noch nicht kontrolliert, ob er ein Seminier für mich hat. Jocka. Ah, siehste, da hat ein Fuß schon mich. Hä? Schnorks-Seminier. Warte mal noch, eine Munition. 600 Schuss. Mann, ich hab ein Munitionsverbrauch. Oh, da geht er auf keine Kuhhaut, gell. Wie sieht's mit dir aus mit Mun-Mun-Mun-Munition? Okay, alles mitnehmen. Waffen brauch ich keine. Was war das jetzt so? Oh, ich hab jetzt heute schon gegessen. Oh, ich hab ich ja Systemsverbrauch. Oh, das ist doch besser. Oh, ich hab jetzt auf die Bühne zurückgezne. Oh, ich hab jetzt auf die Bühne wieder. Oh, ich hab jetzt ja das Bühne wieder durch. Oh, ich hab jetzt doch doch. Irgendwie kann ich mich hier an Unmengen von Gegend erinnern. Da liegt ein Kopf. Scheiße. Boah, da fahrt noch so. Ich glaub, der müsst viel. Wie ist denn das hier? Da kann ich mir drauf schießen. Da kann ich mir alles gut drauf schießen. Ragenberg. Ja. Na komm, hallo. Die Ecke sieht nicht schlecht aus. Ich hätte von dem Professor doch noch... Ich hätte von dem Professor doch noch mehr munition für die Knarre hier kaufen sollen. Ja. Hm, links oder rechts? Bitte vorher. Ja, da ist Peter. Ich bin heimisch alt. Hier ist nichts. Na gut. Hier ist bloß die Wand. Und hier noch? Ja. Vielleicht finden wir ja auch altfallfallverkäfig. Vielleicht finden wir ja auch was Sinnvolles in den Kisten. Mann. Also mit Munition sieht es ja wirklich echt dünn aus. Mit Munitions finden. Na gut, vielleicht hier dran in den Kisten. Fünf. Fünf. Okay, kann auch so sehen. Ganz günstig. So, vielleicht ist hier irgendwas drin. Oh, das ist auch nichts rumgefallen. Ach, ein bisschen Scheiß Sanitin hier. Malten. Brauche ich auch nicht. Nein, ich brauche mir jetzt hier. Ja, genau so was hier. Falsche natürlich. Noch mehr Kisten? Oh ja, ich habe das mit der Holland gekackt. Ach du, die ist nicht gerade. Ach, das ist scheinbar die Stelle zum Ausdruck. Aufnumpeln hier. Da hätten wir doch was rein tun müssen. Das Gestalt zum Aufnumpeln. Ach, war das? War Sunny, ne? Oh, Sunny kann man auch. Boah. So, nochmal. Munition hier. Ah, shit. Nischt. Nischt drinne. Was haben wir noch für Munition gekriegt hier? Nischt wie möglicherweise AK-Munition für... Nein, für ich nicht. Sooo, was für die Zeit. Ach, schreckt mich nicht immer so, ihr Rudis. Ja, gib mir weg. Ein bisschen das mit dem Spiel. Da hört sich nämlich nackt drauf. Oh, das war nicht der einzige. Das schnarkt hier auch mal mit. Was haben wir eigentlich von Munition geleitet hier? Das ist die? Aha. Das ist die schon mal. Ich hoffe, es steht mir vertraut, ob er da ist. Das hat man gerade schon mal versucht. Na hallo! Warte mal, jetzt nehmen wir die Rumswimme hier. So, und den kriegen wir uns mit der Rumswimme hier. Halt, Fuß, Fuß, Fuß! Moment, da hätten wir nur noch einen Fuß vergessen. Genau, Schnorcks haben ja Füße. Da ähnelt er aus Irgendwie, da hat sich alles gelöst. Und noch eine Kanade. Das war so. Okay. Das ist das hier. Das ist das hier. Das ist das hier. Rutsch! Rutsch! Also ich muss sagen, die Pistolen taugen überhaupt nichts. Die Waffen taugen überhaupt nichts. Da habe ich festgestellt. Da 63. Ja, ein RPG wird's tun, ja? Okay, ich denke, ja. Ich denke, okay. Aber da irgendwas zu wechseln, natürlich. So. Da schon wieder Vortagkünde. Das sind rote Lichter ausgeschossen. Ach, das ist diese große Halle. Genau, genau. Und hier werden wir den auch beenden. Weil hier wird's nämlich jetzt gleich, ja, mega kritisch. Sobald wir hier irgendwie raus... Sobald wir hier irgendwie raus... Ja... Hier hat's wieder Spaß gemacht. Und... Tschüss und weg! Scherradon LP... ... ... Scherradon LP...